Also einen guten Start habe ich schon mal erwischt. Achtung, Achtung, jetzt wird es wieder heiß und fertig. Heute bei Flash Angezockt spielen wir NetWarm und wir starten direkt mit Save 1. Okay, was muss man machen? Software Library? Ein Tutorial wäre gut gewesen. Make One. Choose Target. Office Server. Make One. Wie steuert man das? Ah so, okay. Das erinnert so ein bisschen an, kennt ihr noch... Oh, wie hieß das früher? Okay, da bin ich schon gestorben. Retry. Ähm, kennt ihr noch... Ähm, Sat.1 Powerball? Das sieht so ein bisschen ähnlich aus, finde ich. Und die Musik dazu. Du, du, du. Mega. Braucht man die Dinger irgendwo für, ist die Frage? One Quad 40. Okay. Oh, da gehe ich lieber sicher. Okay, gleich habe ich es. Jetzt habe ich es. Der NetWarm ist installiert, oder? Nee, gar nicht. Trace Fire steht da. Bisbee Solutions Office Server. Oder war das doch erfolgreich? Egal, mache ich es einfach nochmal. Achso, ich muss schneller sein als die wahrscheinlich. Okay, das macht Sinn. Moment. 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 Das war zu eng. Okay, retry. Das ist so satt als Powerball irgendwie. Das ist so satt als Powerball irgendwie, ne? Fuck, den habe ich nicht erwischt. Den dafür wieder. Fuck, okay. Okay, retry. Ich probiere mal was. Indem man immer möglichst knapp vorbei geht. Kriegt man ja auch Punkte. Ihr seht's. Okay. Aber wie soll ich denn da... Ah, man kann hier schneller sein. Ah. 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 Ah, jetzt habe ich's gescheckt. Aber wieder nicht geschafft. Ganz knapp diesmal. Jetzt mache ich's aber. Nein. Wenn ich dann durchkomme. Ah, fuck. Das gibt's doch nicht. Ab und zu muss man noch trotzdem noch langsam sein. Aber nicht allzu oft. Ich soll Hiro Bescheid sagen, wenn ich Zeit habe. Also nach dieser Aufnahme. Wow. Okay, ich habe ein bisschen Vorsprung. Ich kann kurz chillen. Und dann wieder los. Ah, ja, ja. Komm. Jawohl. Successful one. Geht doch, ey. Also wir müssen den Netwurm immer auf irgendwelchen Sachen. Installieren, so wie ich das verstanden habe. Select your loot. Petty Cash. Web Server IP Address. Ach, man kann alles nehmen. Okay. Wusste ich nicht. Make one. Hier gibt's jetzt Nummer zwei. Den Web Server. Den nehmen wir auch. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Hier sind grüne Dinge. Warum sind die grün? Wahrscheinlich. Oh fuck, ich wollte da durch. Ich dachte, man kommt da durch. Aber kann man nicht. Die Musik wird so Copyright sein wahrscheinlich. Aber irgendwo erkenne ich die Musik. Ich weiß, ich kann es gerade nicht zuordnen zum Lied. Aber ich kenne sie definitiv. Das war knapp. Nein, nein. Ich habe schon gesehen, dass ich da nicht mehr rauskam. Das gibt's nicht. Komm, komm, komm. Oh fuck. Grün ist auch kacke. Okay. Das hätte ich wissen müssen. Jetzt habe ich mir, glaube ich, einen Vorsprung ausgearbeitet. Auch wenn er nicht groß ist. Aber ich wasche hier gerade durch, Freunde. Alter. Das war echt krass, wie ich da durchgewascht bin kurz. Oh fuck. Das war knapp. Nein, ich habe es nicht geschafft. Da vorne war es. Oh, wie bitte. Obwohl ich so durchgewascht bin teilweise. Man muss echt Gas geben hier. Ah fuck. Schon wieder nicht. Okay. Alter, wie viel Gas muss man hier geben? Okay, ausgewichen. Okay, ausgewichen, ausgewichen. Nein, ich habe es gesehen. Aber ich hatte so viel Vorsprung. Ich wollte den ausbauen im Vorsprung. Ah ja, ich hoffe, ihr kriegt hier keinen Augenkrebs, wenn ihr das später seht. Weil grafisch ist das nicht unbedingt die Meisterleistung, aber es macht einfach Laune. Und ich kriege selbst schon Epilepsi-Anfälle hier so ungefähr. Eieiei. Und wenn das dann noch gerendert ist. Hier tut mir jetzt schon leid eigentlich. Ach fuck, komm schon. Das gibt es doch nicht. Ich habe wieder ein bisschen Vorsprung. Also ich kann auch ab und zu mal langsam. Sollte das nur nicht zu oft machen. Ja, da vorne ist es ja wohl. Nice. Geschafft. Level 2. Eieiei. 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 Geschafft. Level 2. Okay. Kann ich wieder alles mitnehmen hier? Und dann gucken wir mal. Data Storage. Habe ich hier was Neues? Data Slot 1. Okay. Passt schon. Software Library. Okay. Kann man da was ändern? Movebar. Jump. Jump wäre cool, aber ich habe nicht genug Credits. Back. Hardware. Was haben wir hier? Consoles. Pusheist. Okay. Habe auch nicht genug. Dann machen wir mal Mac 1. Dann machen wir mal den nächsten. Der wird wahrscheinlich mega schwer. Gucken wir mal. Also einen guten Start habe ich schon mal erwischt. Oh, die drehen sich auf einmal. Das ist ja mies. Nein. Ich habe es gesehen. Ich hatte ein bisschen Vorsprung, aber ich habe es noch nicht geschafft. Ei, ei, ei. Nein. Nein, nein, nein. Auch da wieder. Nah dran, aber ist auch vorbei, ne? Ah, da wollte ich rechts noch dran vorbei und dann war ich aber links gerade so. Oh, das war knapp. Oh, und dann kommen die wieder nach innen. Das gibt es doch nicht, ne? Wo lang soll man da? Hat gerade so geschafft. Oh, das war zu knapp. Fuck, ey. Okay. Nein. Nein, schon wieder kommen die nach innen. Das gibt es doch nicht. Ich hatte so gut Vorsprung wieder. Ah, fuck. Jetzt aber, komm. Das muss doch jetzt mal was werden hier. Nein. Ich wollte oben dran vorbei, ich hätte unten dran vorbeigehen sollen. Ey, ich war doch dran vorbei, oder? Das war echt knapp. Oh, dann kommen die wieder nach innen. Also, grün macht immer, was es will. Nur rot kann man sagen, wo es bleibt. Das schaffe ich doch nicht. Wie soll ich denn das schaffen? Da hätte ich ja schon vorher in der Richtung sein müssen. Hier kommt gerade keine Musik mehr. Die sind gar nicht mehr gut gelaunt. Jetzt kommt wieder welche. So, komm, komm, komm. Bisschen Gas geben. Oh, fuck. Next try. Ah, komm schon. Geh doch aus dem Weg, ey. Jetzt muss ich es aber langsam mal schaffen, Freunde. Kann doch nicht angehen hier. Oh, das war lucky. Aber das Glück bleibt auf meiner Seite. Zumindest erstmal. Oh, das war... Oh, fuck. Dann war es zu knapp. Oh, Mann. Komm, ich muss doch mich hier reinhacken können in den Server mit dem Net- Oh, nein. Da wollte ich... Ich... Idiot auch, ne? Das muss man einfach so sagen. Grün zieht sich doch nach innen. Das sollten wir mittlerweile alle gelernt haben, Freunde. Grün ist nicht so freundlich, wie es aussieht. Oh, das war doch ganz knapp. Ich hatte so viel Vorsprung. Ich hätte das ganz gediegen machen können. Ich komme auf das obere gar nicht klar, wenn ich da fahren muss. Sondern das... Da weiß ich nicht rechts, links, was ist jetzt wo. Da muss ich echt mehr Glück als Verstand haben, um das zu gewinnen. Oh, das war beides mal knapp. Wo ist denn das hier? Jawohl, geschafft. Oh, Mann. Und ich würde sagen, Freunde der Sonne, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schreibt ein Abo und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich sage bis morgen. Haut herein. Ciao.